So, du willst also noch eine Geschichte hören. Eine, in der sich das Schicksal von Pandora entscheidet. Wenn nicht Pech, ich erzähl sie dir trotzdem. Es begann mit der Kammer, ein Alien-Gefängnis, zu öffnen mit einem mystischen Schlüssel. Die Krieger, die die Kammer öffneten, fanden jedoch zu ihrer Enttäuschung nur einen Haufen Tentakel vor. Sie zogen davon, überzeugt, dass die Kammer keinerlei Schätze enthielt. Sie irrten sich. Die Öffnung der Kammer führte zur Bildung von Eridium, einem kostbaren Alien-Element. Bald tauchte das seltene Mineral überall auf Pandora auf. Sein Vorkommen lockte viele an, auch die Hyperion Corporation. Hyperion kam nach Pandora, um Eridium zu schürfen und für Ordnung auf dem Planeten zu sorgen. Bei Grabungen stieß Hyperion auf Hinweise auf eine noch größere Kammer. Ihr Boss schwor, sie zu finden und ihre Macht zu nutzen, um die Borderlands zu zivilisieren. Aber nicht nur Hyperion hat es auf die Macht der zweiten Kammer abgesehen. Dem Lockruf von Gefahr und Beute ist nicht leicht zu widerstehen. Bestimmte Krieger kamen in Scharen nach Pandora, um ihre Geheimnisse zu ergründen. Manche nennen solche Typen Abenteurer. Andere Narren. Ich nennen sie Kammerjäger. Unsere Geschichte beginnt mit ihnen. Und mit einem Mann namens Handsome Jack. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Handsome Jet war fleißig Moment! Du bist nicht tot! Ja! Jetzt komme ich von diesem Gletscher runter! Claptrap! Dein metaphorisches Schiff ist endlich gekommen! Darf ich mich vorstellen? Ich bin ein CL4-PCP-Stewart-Bot! Aber meine Freunde nennen mich Claptrap! Oder sie würden mich so nennen, wenn sie noch leben würden! Oder je existiert hätten! Oh! Ich hab da was für dich! Hier! Nimm diesen Echo-Communicator, den ich ganz sicher nicht einer dieser Leichen abgenommen habe! Er ist mit einem Klasse-12-Heads-Up-Display und einer Minikarte ausgestattet! Und jetzt, mein Freund, schaffen wir dich rein! Fantastisch! Da ich jetzt einen mächtigen Kammerheber getroffen habe, kann ich mich endlich dem Widerstand in Sanctuary anschließen! Oder wann mach ich mich? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ich weiß, dass du dieser Held bist. Abgesehen von den entsetzlichen Schmerzen, ist das alles super. Ich hab schon auf einen Kammerjäger gewartet, er bin jetzt nach Sanctuary zu kommen. Ich werde dein Reisehund für Wasser sein und du, mein furchtloser Unterzahn- und Handlager. Wir sind 20 minutes. Gut, ich mach jetzt diese Tür auf und dann jagen wir uns einen Bullimon. Auf, mein sehender Untertan. Warte mich, bevor ich irgendwo anstoße. Ich gehe davon aus, dass wir das nicht hier sehen lassen. Auf, so ein Lappengräger mich gebeten hat, ich lege mich auf diesen Gletscher aus. Jedenfalls wird er finden, mein Auge in Frostbite, Kribas. Au. Bleib dicht bei dem Roboter. Er hilft dir von diesem Gletscher herunter und nach Sanctuary zu kommen. Nur dort bist du in Sicherheit. Ich höre vor, die Mons! Fass, Untertan! Beschütze mich, Untertan! Da! Fass! Cool! Raus! Wenn wir meine Augen nicht zur Ruhr kriegen, kommen wir nie nach Sie zu hören! Nicht zur Ruhr! Ja! Ach. Ach. Hä? Du brauchst die Hilfe dieses lustigen kleinen Roboters, um Sanctuary zu erreichen, die letzte Bastion des Widerstands gegen Jack und der einzige Ort, wo du sicher bist. Begib dich nach Sanctuary. Gut so, und jetzt bring dich hier weg, bevor noch mehr Bullimocks kommen. Vielen Dank, Freunde aller Freunde. Weiter. Hey, Kiddo, Jack hier, Präsident von Hyperion. Ich werde dir erklären, wie es hier läuft. Kammerjäger taucht auf, Kammerjäger sucht nach neuer Kammer, Kammerjäger wird gekillt von mir. Siehst du das Problem? Du lebst noch. Könntest du mir also einen Gefallen tun und ich selbst erledigen? Das wäre nett, Herzchen. Und öffne dich! Oh, mein Auge ist wieder an! Ich sehe einen Tappen-Untertan und einen unglaublichen Knochen-Untertan. Das heißt, derjenige, der mein Auge hat, ist ganz nah! Oder der departments im Küchen-Untertan und ein Langyang-Untertan. Überあります, ich werde in diesem Aus hydrogen-Untertan und den gömperen. Der Knotver ist, dass man mehr kann. Ich sehe eine Arbeit! Ich sehe einen Ingent-Untertan hat, das ist sicher. Was ein Prager Patient. I für Allah, das nicht leben werden. Ich bin Organbez substitups mit einer Mittforex-Untertan. Er sta earthen, ich bin Ange Johann Ver Emil aner closest anる Untertan. Vielen Dank.